Wir haben ja vier Tage Zeit. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Guck mal, Sippo, was ist? Eine Frage für einen Freund. Ich bin im Fernsehen, darf ich meine Mama grüßen? Ajo, grüß doch mal. Darf auch deine Tante grüßen? Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. Du kriegst kein Geld ab. Du kriegst kein Geld ab.